Das kann man wegschmeißen. Stirb Skelett an verrottetem Fleisch! Schade, hat nicht geklappt. Ich glaub, man kann langsam runtergehen. Ähm, was wollte ich ja? Ich wollte... Da ist eins glätt. Ich glaub, ich geh doch noch nicht runter. Spinner, was mit dir? Ich warte lieber noch ein bisschen. Der ist doch schon der Sonnenaufgang. Ich hör' ich grad keine Musik ist Musik an. Ja. Und Musik, da werd ich vielleicht auch nicht immer die Minecraft Musik laufen lassen. Vielleicht werd ich mal eine Playlist machen. Damit nicht immer diese öde Minecraft Musik läuft. Die ist eigentlich gar nicht so öde. Nur... Wird halt irgendwann langweilig. Spinny, komm! Jetzt springen wir auch schon. Jetzt springen wir auch schon. Warum sagt mir das niemand? Ich wusste gar nicht, dass ich bin hochklettern können. Und da ist noch ein Skelett. Und das kommt grad irgendwie in meine Richtung. Und da ist noch... Angst. Wuhu, Skelett. Okay, der Skelett hat grad Braddance gemacht. Oh, es schießt! Komm in die Sonne, Skelett! Skelett öffnen die Sonne. Fang an zu brennen. Jetzt brenn doch! Jetzt brenn doch! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es uns gleich treffen wird. Oho! Ach, so schlecht. Es trifft mich ja nicht an. Oho, warum fängt das nicht an zu brennen? Alter, was ist mit uns gleich los? Ja. Jetzt hab ich schon entfernt. Kann das mal sterben? Warum stört das nicht? Ah! da stirbt mal wieder als etwas belegt ja gar nichts es ist ja noch eins wo waren das das ist ein schwein stellen wir doch wieder auf gering wir sind so ein bisschen besser Sandblock, wo machen wir den Stein hin? Puh. Wohin wollte ich... ah ja. Ich ess mal was. Geht das? Schade, das geht nicht. Das heißt, ich muss mir jetzt zur Höhle gehen und mir da Eisen holen. Komm schon, mach endlich das jetzt zu Herzen, ja. Aha. Wo war die Höhle? Da. Oder? Aua. Ja. Ich weiß nicht, ob man mit Holz Eisen abbauen kann, aber ich glaube nicht. Deswegen mach ich das mal lieber mit Stein. Da war hier Eisen, wo waren noch Eisen? Hier war doch noch irgendwo, oder? Gefunden. So. Oh. Oh. Ach, der Baum ist aufgewachsen. Ach. Das wollte ich jetzt noch Eisen brennen. Ach. Da geht's ja runter. Das hab ich mir gedacht, dass alles passiert. Gut. Da werde ich dann gleich runter gehen. So. Wo ist das? Ich bin schon da unten in mir. Ich bin schon da unten in mir, wasser. Warum fällt dir ein Block? So. So. Von dem Kursler muss das reichen von der Tiefe, weiß ich aber noch nicht. Also kommen wir auch direkt wieder ein bisschen Erde. Das finde ich super. So. Und mit dem Bauhaus, das wird vielleicht nicht immer so sein, das werde ich wahrscheinlich auch noch ausbauen. Ein bisschen Luxus muss ja sein. Dann werden wir dann fertig. Dann tun wir mal ein bisschen von dem, was ich nicht brauche da rein. Wollen wir mal gucken. Okay. Hätte ruhig ein bisschen weiter da sein können. Ah. Ach. Daneben nicht. Oh. Cool. Hat geklappt. Ich will die hier weg. Nicht zu viele weg. Nicht zu viele weg. Nicht zu viele weg. Nicht zu viele weg. Die sollen ruhig da bleiben. und die auch. Habe ich irgendeinen Block mit? Nein. Ah. Ah. So. Dann. Nein. Das nicht. Ich. Ähm. Ich glaube, was soll ich beteiligen. Oh. Ach. Was brauche ich doch. So. Habe ich vielleicht ein Eichel in das jetzt liegen noch? Nein. Dann machen wir einfach das hier. Da. Ähm. Da wird es auch schon Nacht. Das ist doch mal prima. Prima Ballerina. Boah. Die ganzen Slimes. Nochmal. Scheiße. Ähm. 畑. Ach. Neues. Das ist ja. Neues. Das ist ja. Das ist ja. Machen wir uns mal eine Verbindung hier hin, dann kann ich hier noch ein bisschen gucken und nach einem Tempel. Das war nicht so gut, aber okay, da gab es einen Mega-Lag. Also das hat mich auch gewundert, wie sowas kommt. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Ja, dann geht es mal hier direkt weiter. Okay, wie es aussieht, ist hier Kama. Ich werde hier noch rumlaufen. Aber ich glaube, ich gebe es langsam auf. Da war ein Kühe. Da ist was an der Gitter, wenn man macht. Okay, ich glaube, dann gehe ich mal wieder zurück. Okay, da hat mein Maus gespennt. Und das war dann grad an einer dummen Stelle. Egal. Wie bin ich hierhin gekommen? Bin ich über den? Also ich weiß nicht mehr, wie ich hierhin gekommen bin. Das war knapp. Ich habe ein Problem, würde ich sagen. Es kann auch nicht sein, dass Erde einfach so verschwunden, wenn sie in der Luft ist. Okay. Das war dumm. Hoffen wir, dass wir das nicht jetzt schon an dieser Stelle beenden müssen. Ganz glätt. Und noch eins. Sieht so aus, als hätten wir das beenden. Leute. Halbes Lehm. Das sieht nicht so krickelt aus. Ja. Ja, das war es dann auch schon mit dem ersten. Leider nicht so lang. Aber ich werde vielleicht noch eins machen und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal.